Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge BattleBlockTheater. Heute mit meinem hässlichen Face. Ich habe einfach gedacht, ich tue es heute mal ausprobieren. Einfach mal ein bisschen Facecam mit reinbringen. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das so in Ordnung findet oder eben nicht. Ich will es einfach mal ausprobieren, weil ich finde ein bisschen Individualität würde meinen Videos gar nicht mal so unschlecht tun. Das ergab keinen Sinn, aber egal. Auf jeden Fall könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache jetzt zwei Folgen mit Facecam. Dann könnt ihr gerne dazu schreiben, ob ihr es so weitersehen wollt oder nicht. Und ich glaube bei BattleBlockTheater kann es schon passieren, dass man da lachen kann. Wenn ich mal... Oh, Stein. Also wir können Stein bewegen und auf... Obla. Aufnehmen können wir es auch. Okay. Pünktlich zur Aufnahme natürlich. Fängt es an mit dem Husten. So. Schauen wir mal. Hä? Ach so. Au. Ach, ich doofbatze. So. Jetzt können wir hier basteln. Gut, das reicht schon. Ah, okay. Aha. Hoppla. Das ergibt schon einige neue... Ähm... Neue Möglichkeiten. So. Hoppla. Ah. Halte dich doch fest, Mensch. So. Hier. So. Also. Wie komme ich denn da hintere? Ah, ne. So. Ah, wir können hier... Ah, okay. Aha. Icy. Und mein Husten wird irgendwie nicht besser. Ich tue ganze Zeit unter Drücken zu Husten. Was natürlich auch, äh... Eher schlecht als gut funktioniert. Wie soll ich an den kommen? Kann mir das hier mal erzählen? Das tut mir echt leid. Au. Komm her. Komm her. Au. Dich kriege ich. Dich kriege ich. Au. Uah. Ah, die können auch hochklettern. Nicht schlecht. Okay. Er ist weg. Sehr gut. Und, ähm... Und, tschüss. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das so, äh, äh, gedacht war, aber so komme ich da hin. Auch wenn ich dabei sterbe. Opfer müssen gebracht werden. So. Uh. Wow. Oh, diesmal beim ersten Mal. Nicht schlecht. Ich kann das Ding werfen, klar. Das sehe ich ja, aber wozu? Ich komme doch auch da so durch. Ach so. Deswegen. Au. Ich habe gedacht, ich kann auch drunter durch. Ich bin so blöd. Ich fall zweimal auf denselben... Aber da komme ich jetzt durch so. Ja, genau. Autsch. Ah. Ah. Ich falle immer wieder aufs selbe Trick rein. Hä? Hä? Ey. Also, jetzt komm. Jetzt. Aber. Äh, was? Alter. Jetzt sterbe ich nicht dabei, oder was? Das war's mir wert. So, jetzt aber. Jetzt. Alles kein Problem mehr. Huh. Ah, das war jetzt aber mies. Ah, das war jetzt aber mies. Haha. Äh, naja. Was soll's. Übrigens, tut's mir leid. Ähm, das letzte Mal. War ja unten am Bild. Ein kleiner Rand. Da hat sich aus irgendeinem Grund die, die Aufnahme ein bisschen verschoben. Was dazu gefuhren hat. Ja, natürlich. Ah. Huh. Nö. Darauf falle ich nicht. Was? Moment. Frösche? Okay. Hey, hey, hey. Jetzt werden wir mit Checkpoints zugeschissen. Ah, verdammt, 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 oh. Autsch. Ah, verdammt. So, den Hammer. Den Hammer. Und tschüss. Können wir den für irgendwas gebrauchen? Ich nehm mal mit. Schaden kannst du nicht. Aber ich glaub, den brauch ich an sich für nichts. Außer, dass ich davon selber sterb. Das war natürlich nicht so gedacht. Vor allem hab ich mir jetzt ziemlich zugebaut hier. Oh, mein Gott. Nee, oder? Hab ich mir jetzt das Level zugebaut. Den krieg ich doch nicht mehr da raus, oder? Aber das scheint der einzige... Verdammt, ich hab mir das Level zugebaut. Ja, ich hab mir das Level zugebaut. Verdammt. Nein. Ich depp. Ich depp. Ah, ist das ärgerlich. Ah, ich will da rein. Ich... Äh, setz dich. Uh. Also, Notiz an mich selbst. Das nehmen wir diesmal nicht mit. Ach, ich depp. Ich bin doch manchmal so ein Depp. Alter. Die Aufnahme wieder. What the fuck? Ah, Gott sei Dank. Okay, da ist ne Muschi. Aber wisst ihr was? Der Juwel... Das Juwel ist mir nicht wert. Alter. Ich hab da ihn gelenkt. Und tschüss. Bye, bye. Ah, sehr schön. Aber dass ich mir das Level selber zugebaut hab. Das... Das hätte ich nie gedacht. So. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Okay, da ist auf jeden Fall tödliches Wasser. Also, das Lied muss ich sagen, das ist echt schön. Echt gut. Und... Dö, 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 dö. Waa. Au. Ja, dann komm mal her. Komm her, Muschi. Komm. Ja, heul doch, heul doch, heul doch. Und tschüss. Ne? Willst du mich verarschen? Haha. Ich lass mich nicht verarschen. Zumindest nicht immer. Oh. Ah, ich komm durch. Okay. Aber da hoch komm ich nicht, oder? Also mit dem Flügel schon, aber... Ich weiß nicht, ob das... Aber es muss wohl reichen. So, natürlich nicht. Mist. Ne? Ha, ha, ha. Ich hab zwar niemals Flappy Birds gespielt, aber... Das scheint trotzdem zu helfen. So. Wollt ihr mich verarschen? Okay, daneben nicht. Tschüss. Stirb doch. So, so ist es brav. Also da oben müsste irgendwo noch ein Stein sein. Hoppla. Ich werd doch da wieder hochkommen. Verdammt. Ja, genau so. Ne, aber da... Ach, da. Ach, da. So. Mal gucken, was da passiert. Sehr schön. Den hab ich natürlich verpasst. Aber egal. Geronimo! Yeah! Seen clear. Ja gut. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich keine 100% Runs mach? Soll mal ein Gift-Shop noch gehen? Nee. Das machen wir. Das übernächste Mal, denke ich mal. Auf jeden Fall. Wo war ich? Ach genau, ich wollte die Folge beenden. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das mit der Facecam mögt. Ob ihr das weiterhin haben wollt. Oder ob ich es lassen soll. Dadurch, dass ich mir einen Broadcaster aufnehme, ist es recht leicht, sie zu integrieren. Allerdings bei Spielen mit Story, wo es Zwischensequenzen gibt, ist es nicht leicht oder fast unmöglich, sie auszublenden. Deswegen ist es noch nicht der Weisheitsletzter Schuss. Auf jeden Fall könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob weiterhin mit Facecam oder nicht. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Ansonsten abonnieren ist auch umsonst. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.